Meinst du, der sieht was? Aber dann haben wir ihn eben doch verwechselt. Also wir haben ihn ja eben einmal zu uns kommen lassen, bevor das losging. Und eigentlich dachte mir, es wäre Philipp Schulze top auf. Nein, du dachtest das. Ach, du wusstest das natürlich. Also ich wusste von Anfang an, dass es ein ganz anderes ist, als du dachtest. So, meine lieben Zuschauer, Marc-Rosefeld, das wird dann morgen auch den Live-Kommentar bei Klippenhaus übernehmen. Wir freuen uns, dass wir ein neues gefunden haben. Ah, die Mini-Jens in der Halle Münsterland. Und damit zu reiten ist aber auch eine Aufgabe. Guck dir das mal an. So, gewinnt vielleicht nicht, aber da meistens Spaß. Ja, auf jeden Fall. Und vor allem, auch wenn du einen kleinen Bauch hast, da sieht keiner. Ja. Vielleicht wolltest du das mal tragen. So, Marc-Rosefeld aus, schön, dass du da warst. Hier wird es immer voller hinter uns auf dem Kommentatorenplatz. Ja, aber nur Frauen, das war klar. Ja, das war mir klar. Entschuldigung, wann messen Sie? Also, wir werden hier schon wieder von gut aussehenden Frauen belagert. Und wir sollen irgendwas messen. Nee! Wo ist denn? So, also, ein bisschen Konzentration auf dem Sport hier, Herr Großenfeld. Das sieht aus. Nee, Johannes Barberk. Er hat es natürlich nicht zu leid. Mit dem Kostüm. Aber das ist der Hammer, das Kostüm. Das Kostüm? Ja. Wir können jetzt natürlich wieder sagen, schade, dass Johannes Barberk sich auch nicht verkleidet hat. Nein. Also, nein, 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 nein. Das weiß nicht. Nein, aber es ist immer wieder schön, liebe Zuschauer, auch zu sehen, wie die Reiterinnen und Reiter sich einfach auch so viel Mühe geben. Wir können Kostüm springen ja mittlerweile auf mehreren großen Turnieren, wie Paris, wie Stuttgart, wie Kiel. Wahnsinn, Wahnsinn! Ich wurde je unterbrochen in meinem Satz. Also, das war ein Balkan. So. 106 Dezibel, sagt die Halle für Johannes Barberk. Jetzt kriegt er auch ein bisschen Hilfe am Eingriff, ne? Ja, ja, ja. Habe ich's. Hey. Hey. Also, ich glaube, jetzt kommt gleich richtig Muskelkraft hier ins Spiel. Ich glaube auch. Also, einer der stärksten Reiter überhaupt. Ja. In welchem Sinne auch immer. Vor allem, der bringt auch Farbe mal hier im Spiel. Ja, das glaube ich auch. Aber ich weiß auch selber, dass man ihn nicht reizen sollte, weil dann kann der echt böse werden. Ja, ja, ja. Und warum werden Sie denn auch gleich sehen? Und ist natürlich hier ganz einheimisch. Das ist natürlich jetzt derjenige, der hier groß geworden ist. Ja, der müsste natürlich auch gleich mal eine richtige Fohnwertung kriegen. Also, ich denke, der geht in Führung von der Fohnwertung. Das ist ja einfach... Okay. Guck mal. Oi. Oi.